Stellung bei knapp 80 FPS und jetzt bin ich bei der Hälfte. Das ist doch nicht die Grafikkarte, die langsam kaputt geht. Ich meine, sie hört, dass ich eine neue holen will. Klar, das ist jetzt nicht das Problem, aber es ist trotzdem egal. Es tut zu solchen Zeiten immer weh. Wenn da was kaputt geht. Zum Beispiel eine alte Grafikkarte gerne dem Jan geben würde. Oh, da ist der Schwarze Ritter. Er ist mal weg. Ich habe nämlich keine Lust, dass der sich da einmischt. Nein, du nicht! Hier soll man nämlich zu Pferd bekämpfen. Dann kriegt der nämlich auch Schaden. Oh, du Ratte! Oh, tout le mal. Oh, fuck! Alter, die FPS, die gehen so runter. Also, wenn das Spiel jetzt irgendwie noch weiter Probleme macht. Aua. Aua. Na. Na. Ja. Na. Na. ? Na. 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 Kannst du vergessen. Dann holt ihr jetzt ein Ross wieder. Das ist ein ausgeglichener Kampf mittlerweile. Oh, fuck. Fuck. Ah, mein Pferdchen hält auch nicht mehr viel aus. Das Timing noch nicht so ganz raus. So ganz, ganz ja auch, Penner. Oh, du Ratte. Ja. Ich habe halt ein scheiß Schwert für einen Nahkampf. Das war's. Wie, ich bin gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Fick dich. Fick dich. Ich habe auch keine Rosinen oder so. Ausgerüstet. Oh, das war guter Blutschaden. Der hat mich einfach platt gemacht. Bei der Blutschaden war nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, wie gehe ich am besten vor. Wie könnt ihr noch? So. Hochzu. Nein. Falscher Knopf. Hochzu. Ross. Da komme ich. Und ich sag dir. Alter. Das ist gut. Solider Schaden. Wir allerdings auch. Ja, komm her, du Lümmel. Der Pferd macht gleich die Biege. Ja, das sieht auch schon wesentlich. Oh, komm schon. Dieser Ficker. Das ist gemein. Das ist gemein. Hm. Solider Damage. Oh, ich bin doch gesprungen. Jawohl. Du hast uns alles versaut. Kriegsalter.